Es ist wieder soweit. Das RP geht in die nächste Runde. Doch nicht so wie gewohnt auf Hirschfelden, sondern auf Quatro Colinas aka Spanien. Neue Wildarten und neue Reviere stellen eine Herausforderung für die Revierpächter dar. Ob sie es schaffen werden, ihren Abschussplan zu erfüllen? Wir werden es sehen. Vor allem die hohen Schwarzwildbestände sind sehr viel Versprechen für erfolgreiche Drückjagden. Wer an solch einer teilnehmen will, kann gerne auf unseren TS kommen. Und nun wünsche ich euch sehr viel Spaß beim Begleiten des RPs in den nächsten 30 Tagen auf diesem Kanal. Bis zum nächsten Mal.